Das passiert, wenn du zu viel Sleeping Mängel hast. Schön, dass du warten tust. Wenn ihr jemals eine Scheidung macht, ruft diese Nummer an. 555 Divorce. Hat mein anderer Schwäger gemacht. Mein anderer Schwäger ist Mark Billy Bow. Billi Billi, Mark Jefferson. Oh. Finally, wir haben gefunden eine Sleeping Place. What? Oh. Ich habe geschlafen an die Steuer. Okay, wir werden jetzt eine Runde sleepen. Ich habe gesleepen, eine Runde. Jetzt können wir fahren weiter. Hoppla. Oh, eine Dinner. Ich würde gerne noch etwas essen, aber ich bin auf Diät. Ich muss gerade nicht tanken, aber thanks. Ich war gestern bei meiner Freundin Leander. Es war wirklich interessant. Wir haben gespielt ein Spiel, wo du eine Mite machen musst und dann kannst du ficken diese Mite. Es war eine sehr interessante Mite aus, indem du sie fickst. Und nachdem du sie zehnmal hintereinander gefickt hast, ist sie ausgebildet. Und dann, wenn sie ist ausgebildet, du kannst entscheiden, ob sie deine persönliche Mite wird oder ob sie eine Free Mite wird. Wenn sie eine Free Mite wird, dann ist sie eine Mite für Kunden und kann andere Kunden befriedigen. Im Grunde, wir machen nichts anderes als eine Bordelle mit Dancing. Wir machen eine Meido Stripper-Klappe. War ziemlich interessant. Ich würde gerne spielen wieder, wenn ich das nächste Mal bin bei Leander. Ich war von, äh, also, ich war somewhere on the Nachmittag by Leander bis to 5 Uhr morgens. Dann war ich totally müde. Dann bin ich noch bei McDonalds vorbeigetrieben and habe da eine Burger gegessen. Um genau zu sagen, eine Burger, ne, zwei Burger and two Cheeseburgers and eine fette. Habe ich gegessen und getrunken diese. Und dann bin ich heimgefallen und, äh, coming home in, äh, 5 a.m. Und jetzt rücken meine Haare nach Leander. Nicht, dass die schlecht ist. Leander riecht gut. Das klingt jetzt vielleicht gay, aber... Leander ist eine gute Freund. Und ich mag ihn sehr. Weil er ist meine Only-Friend hier. Oh, scheiße. Ich fahre gerade ziemlich schnell hier. Well, he is not my Only-Friend hier, aber... Eine, die eisigste Freund hier, wo mich versteht und ich verstehe ihn. So, in dieser Art, you know. So, yeah. Even my, even meine Mutter hat mich gefragt, ob ich schwul bin. Ähm, nein. Nicht, ob ich schwul bin. Sie hat gefragt, ob, ob wir was hatten. Und dann hab ich gesagt, no. Und dann haben wir nicht. Nun, ich wurde ziemlich frei erzogen, hier in diese, ähm, homophobe State of, äh, United States America. Meine Mutter hat mir immer getellt, ähm, ist vollkommen in Ordnung, was du bist. Ich kann mir nichts dagegen, ob du schwul, lesbisch, hetero, äh, bisexual, mitrosexual, äh, transvestite, äh, or something like that, you know. Also, meine Mutter hat mich totally open erzogen, und das finde ich in Ordnung. Wenn ich ein Kind habe, werde ich dies auch open erzielen, aber, selbstverständlich, werde ich ein wenig strenger sein, you know. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass du, ähm, erziehst deine Kinder ziemlich offen, aber nicht zu offen, you know. Die, die Kind muss wissen, was, was richtig und was falsch ist. Ich, ich, ich habe selber aus meiner Erfahrung gelernt, Alkohol and Trucks sind nicht gut. So, ich habe gelassen diese. Ich habe nie in meinem Leben ever Alkohol getrunken oder Trucks genommen, you know. Weil ich immer dachte, ich, ich, ich niede das nicht in meinem Leben, ja. Und wenn ich etwas nicht niede, dann brauche ich es nicht. Ja. So, so ist diese. Und ich denke, es ist, es ist, es ist, es wäre, es wäre, äh, 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 äh. Äh, you know, I don't, also, ich möchte später keine Kind, wo nimmt Drogen und trinkt Alkohol, like, ein Alkoholiker. Wenn er Alkohol trinkt und sich selber kontrollieren kann, ist es total in Ordnung. Aber ich möchte später keinen Druck-Addict in meinem Haus. Wenn dieser so ist, ich schmeiß ihn aus meinem Haus. Ist mir scheißegal, ob er 12, 16 oder 18 ist. Oder 6. Aber wenn er Drogen mit sich nimmt, dann ist irgendwie etwas ziemlich komisch. Aber well. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel über diese reden. Reden wir weiter über meinen Aufenthalt at Leander. Ich habe ein paar witzige Videos mit ihm angeguckt über Japanese People, wo haben wir hier in den States, in California, 10 verschiedene Burger Ketten. Oh, look over da, da ist Las Vegas. We are nearly at our target. And he has so much figurines, you know, so like Hatsunemiku, girls from K-On and, you know. It was pretty cool. And he has a Ducky Makura. It was the first time in my life, that I ever cuddled with a Ducky Makura. It was pretty awesome. War ziemlich geile shit, you know. Habe ich gekuddelt mit dieser, habe ich mich entschieden, auch irgendwann eine zu kaufen. Nun hatte ich vor, so oder so. Warum fahre ich so slow? Was steht da? Ich weiß nicht, konnte nicht lesen. Ich fahre jetzt einfach ein wenig schneller, in die Hoffnung, dass niemand mit der Polizei in meine Ass ist. Oh, look over da. Da ist die Dunkin Donuts. Muss ich langsam fahren, manchmal sind hier Policemen. Wo ist ein Doughnut? Oh, alle Policemen, shit! Fucking dickhead. Okay, er hat nicht gesehen, dass ich bin gefahren zu schnell, weil er ist retarded. Er hatte nur Doughnut in die Head. You know. Ich mache meine Tempomaten und dann, ähm, lasse ich einfach die LKW driveen, okay? Ein interesting fact ist, dass, ähm... Oh, shit. Ach, leck mich doch an die Nuts, man. Das ist doch einfach nur Bullshit. Ich kann diese, ich kann diese Traffic Lights nicht von dieser Straßenlichter unterscheiden. Davon ist now eine Traffic Light, okay. Okay. In die Nevada ist es nicht so, dass du kannst fahren Rects. In die California, du kannst fahren Rects, even wenn es red. Aber nicht in die Nevada. Oder die Las Vegas. Wenn ich fahre Rects, wenn die Ampel ist red. Dann bekomme ich eine, äh, eine, 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 eine Sträfe. Okay. Diese fucking Truck is so slow, wenn ich habe diese 19 Tonnen Weiss on the back. Was ist das hier für eine riesige, äh, Street? Diese hat vier Spuren. Und es ist nicht mal viel los. Okay, noch scheiße Truck. That was close. Fuck you. Oh. Ja, was, was ich nicht verstehe, ist das, wenn, wenn es ist grün, alle dürfen driven. Aber, warum? No wonder, es ist manchmal so eine Chaos in die Amerika. Okay, wir haben gleich unsere Destination erreicht. Und dann können wir diese scheißen Truck hier einparken und, äh, da kann ich nochmal sleepen. Oder die Tanken. Fuck you. So, wir sind für die Wall Mart, äh, ich meine natürlich Wall Bird, äh, zu die Eddies gefahren. Die Eddies braucht anscheinend sehr viel Reis. Hallo? Bist du die Mann from the Eddies? Alright, wo muss, oh mein Gott. Ich will nicht fahren, diese hier, dahin. Ich glaube, ich mache lieber diese. Weil, I mean, guckt euch die Riesen-Scheiße hier an, dann komme ich gar nicht hier rein. Halt deine Fresse dahinter, lass mich, lass mich schreiben, okay? So eine schwule Scheißendreck. What? Ich habe nicht mal berührt diese. Diese Game will mich totally verarschen. Alright. Oh nein, das ist, das ist die wrong Destination. Oh ja, okay. So ist gut. Alright, ich habe gemeistert diese. Habe ich eine wenig Schaden gemacht. Und ja, ich bekomme nicht meine volle Money, aber immerhin 6802. So, ja. Thank you, dass du geguckt hast diese Video, mit meine Trakti Senkatsu. Wenn ihr wollen sehen mehr, dann, 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 write it in, 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 in ze Kommentarry, bitte, ja. Und dann, wer die zeigen mehr auf diese shit. Alright. Until then, have a good day, and fuck you in the ass. Tschüss. I mean, boo. Tschüss. Tschüss.